Oh, ist das alles schmerzhaft. Na dann. Ich komme auch gleich raus. Ich trinke noch kurz aus. Na, war vor einem Tag heute wieder. Achim ist nie da. Ich werde es schon wieder nutzen, wieder ein bisschen aufzuholen. Hallo. Moin. So. Jetzt sind alle Tüler verschärft worden hier. Dann müssen wir auch wieder verschärfen. Hier mit den ganzen. Den ganzen reinlassen hier und so geht dann auch wieder nicht mehr. Ich kann mir nicht helfen, meine Absperrungen fehlen. Wo sind meine Absperrungen? Wer ist denn da? Wer ist denn der Gast? Wolle. Wolle, Wolle. Ich bin da. Wollinator. Wolle. 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 Mensch, ich fahr da ja nicht so laut. Wolle. 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 Zivil ist doch die richtige Position. Na? 0 euro für die arbeit ja sehr schick so läuft die tür ja danke tschüss so läuft das hat man als auftrag und zwar aber auch erst falls dieser umwerfer liefert wird ich sehe nicht was ich machen soll ich krieg diesen umwerfer nicht rein auch so weit ein auftrag ein auftrag auch noch ein auftrag jeder schon mal hatte passiert also mal ist hier ein problem für dich was vielleicht jeder schon mal kennt und auch du schon mal erlebt hast an eigenen leid die pedale ist ausgeschlagen und man bekommt sie nicht hier ab weil es hat ja schon mal vor sechs jahren probiert sechs jahren wenn ich jetzt abschrauber ist keine winde mehr drin wahrscheinlich deswegen müssen wir den kurbelarm tauschen pedale ausgeschlagen sprich die muss ab ab geht sie nicht weil ich schon aus den nötig hier aus hier hinten also kohlarm ab mal ich das machen wir wie folgt wir nehmen schraubenzieher pieken hierin und holen erstmal diese abdeckkappe raus weil ich das verstanden muss mit schreiben also noch mal von vorne fünf stunden später ganz große kino zu sagen du bist quasi mein mein gast du sitzt da und du bist mein mein kinogast das was ich mal vorhatte dass ich hier eine abtrennung mache da die da die dazu da so sechs bis zu sechs personen hier sitzen und sich das angucken in zeiten von korona und denkbar das freaks show wieso ich bin hier nicht freaks kann natürlich auch mal eine session machen mit freaks freaks session bin ich der freak löse hast du sehen ich löse ich habe hier so meine frau interessierte brennen sie schläft langsam ein sie sich langsam dahin die aus das ist ein bisschen interessant gestalten das programm für die leute auch wenn nichts los ist muss es doch so aussehen als würde der laden boomen wie nur was dabei lage ich gerade am hungertuch kohlabzieher und jetzt zieht mit dem kohlabzieher die kohl ab ich habe nämlich schon probiert die pedale abzuziehen am objekt hier also mit dem 15er schlüssel ich habe noch nie so wenig bei edeka ausgegeben wie heute drei euro noch was drei euro noch was aber es waren auch dann insgesamt noch trotzdem ist das billig war also alle hier ist weiter jetzt hier die mutteren treiben wir müssen dafür versuchen mit hier abzukriegen und hier ist ja keine chance mehr chance das sind immer jetzt die reflektoren hier runter ich hab schon öfter mal anrufen abwesenheit mal ich das soll nicht über meine nummer laufen diese schrauben mal aufheben weil die sind auch goldstoff weil die gene öfter mal verloren und hier ausgerechnet nicht und den käfig kann ich vielleicht lieber auch zu brauchen geht die schön dann war ja schon perfekt hat geklappt da gab es natürlich so gepresst bis hier kaputt ist damit man die zwei mit den backen das hier drücken kann fixieren kann und dann geht's gewindeschneider für arme tommys da haben wir ihn und wir können ihn durchdrehen d 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 ja und klappt, ist das nicht geil, ist das nicht der Hammer? so genial, so simpel, so einfach, das war der Gewindeschneider für Arme von Tommi, also man trennt einfach die Achse von der Pedale ab, schleife sie runter, so dass nur noch die Winde bleibt, braucht man natürlich dann hier diesen Inbusaufnahme und dann kann man damit wunderbar so leicht angefressene Gewindegänge, kann man damit wieder so ein bisschen gerade schneiden geil, haben wir, jetzt haben wir schon den nächsten Auftrag, die Brille wieder am Samstag habe ich einen Praktikanten hier sozusagen, also habe ich einen, jemanden der mal rein schnuppern möchte, bringt auch seine eigene Rad mit, das will ein bisschen reparieren und will mir ein bisschen über die Schulter gucken und vielleicht kann er ja mal hier ein bisschen zeigen, was er kann, dann werden wir mal ein Rad, eins von den Schrotträdern nehmen und komplett zerlegen, in aller Einzelteile sozusagen und dann vielleicht auch, also mal gucken, wie weiter am Samstag kommen, wir sind ja nur am Samstag hier, und dann vielleicht auch mal schauen, ob wir da so ein paar kleinere Reparaturen, ob wir da Schlauchwechsel, na gut, das wird da können, ne? das weiß man ja nicht, aber ich gehe mal davon aus, die Macht bekommen, bin ich schon gespannt, der junge Mann hat sich mehr oder weniger freiwillig, denke ich mal dazu, entschlossen, das zu machen, ich hoffe natürlich nicht, dass er dazu gezwungen wurde, du musst nicht mal, Junge, mach was aus deinem Leben, ich denke mal schon, er wird dazu freiwillig, das ist auch sein Wunsch gewesen, er sah auf alle Fälle sehr motiviert aus, das lässt, lässt doch wieder hoffen, ich brauche gerade einen Umwerber an, ein ganz belliertes Modell, ganz, ganz, ganz Shimano Tournee, ganz, ganz, ganz belliertes Modell, wo die Arbeit mehr kostet, als ein Teil, immer schon so geil, aber ein ganz belliger Modell hat auch einen Vorteil, es ist ganz leicht einzustellen, eigentlich sagte er und versagte, sprach er und versagte, wenn man heute auch nicht mehr mit einem 9er Schlüssel macht am Fahrrad, aber bei diesen ganz billigen Teilen, haben sie die nach wie vor schön beibehalten, versagte er auch nie mit der Tradition, das lassen wir so, ich lasse jetzt an, ob man das sieht, hallo, ja, Ich nochmal, ich habe mein Schwach gerade auf dem Baumstuhl draußen liegen lassen. Ja, hängt da vorne. Die haben auch gesagt, der innerhalb der Trümmerans. Also, die haben jetzt zwar nicht nachgemessen, aber, ja, das wäre soweit. Ja, in Ordnung. Erledigt. Funktioniert, schaltet, bleibt so. So, was kostet denn der jetzt? Guck, noch mal auf die Rechnung. Was, 30 Euro? Nee. Neun Euro. Neun Euro kostet der Umweltfahrer. Ihr kriegt die Krise. Neun Euro. Wenn die Montage mehr kostet als der Umweltfahrer. So, wieder mal ein Holländer. Das sind ja auch immer die gleichen hier in der Straße. Das wiederholt sich ja immer. Ich glaube, den hatten wir schon ein paar Mal, die Reparatur. Vorderrad. Schön verbastelt ist er, weil er hat noch diesen Korb jetzt hier dran. Dann hängen wir mal die Bremse hier raus, hier vorne auch. Bremse raus. Wunderbar, haben wir. Auf der anderen Seite löse ich auch. Ja, dann fällt der Vorderrad ja schon raus. Schmeiß weg. Ja, das war der Ausbau. War noch ein Rad mit Trommelbremse. Also kompliziert war das jetzt nicht. Auch jemand hat das letzte Mal so geflucht hier, weil das so kompliziert war bei dem Rad, meinte er. Ich fand es jetzt nicht so toll. Im Montageständer geht sowas. Der Reifen ist natürlich gut abgenutzt schon auch. Könnte ruhig auch mal ein neuer Rotf. War das jetzt nicht vor. Wir kontrollieren nur mal schön. Hui. Boah. Wenn sie nicht gefahren ist seitdem, dann kann es nur sein, dass Achim vergessen hat, einfach zu schauen. Weil das war nun wirklich eindeutig. Also den Splitter, den... Das ist jetzt quasi ein Gratisauftrag. Weil man weiß ja nicht. Wir sind halt Nachbarn und die haben schon oft, oftmals hier reparieren lassen. Und deswegen. Machen wir das jetzt mal so. Jetzt lege ich aber hier den alten Schlauch. Der liegt jetzt hier mit drin als Anti-Blatteinlage. Das wisst ihr ja, haben wir schon öfter gemacht. Na jetzt kommt das Ganze wieder runter. Ganz einfach. So, einhängen ist auch relativ simpel. Dann hält man hier fest. Hier oben. Da, hält man jetzt so. Und dann kann man die Ausfallsicherung reinmachen. Zieht schon das innen Ding drüber. Und dann kann das schon ja nicht mehr weg. Dann kann man eigentlich sogar loslassen. Das gleiche auf der anderen Seite. Ausfallsicherung. Das Teil drüber. Den Schutzruf. Mann, das ist der Wurz. Das ist mal eine Fückung alt aus der Hand. Zack. Fest. Ist sogar recht angenehm zu schrauben, ehrlich gesagt. Man muss das Rad nicht festhalten. Das hält. Setzt man alle hier. Jetzt wird festgestraubt nur. Eine Seite. Die zweite. Jetzt hängen wir ein. Den Zug einhängen. Das ist hier oben. Dann hier unten. Wunderbar. Funktioniert. Das war's. Das war's. Jetzt put one auf, ein bisschen weg. Vielen Dank. Dann wird ausgerichtet. Perfekt. Und das war's. Fertig ist es. Kafferin. 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 Ich bin schon. Radon, Kabel, Verkleinerung, Vatlein. Abel, Verkleinerung, Vatlein. Kafferin. 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 der ja auch rausgedrückt. aber das ist ein geiles lager. das ist geil. na jetzt nicht mehr. das ist normal. guck mal schön. die spalte können durch. man kann ja gleich mal fett drin. zustand ist gefahren. ja der ist ein bisschen schwer. aber der ist aus rein tief aus. mit scheiben drauf. wie kümmern wir uns jetzt um das gute und alte gt. ja ist ja leider noch nicht da meine lieferung. deine lieferung ist noch nicht da. meine ist natürlich noch nicht da. obwohl sie gesagt haben, die kommen. 20 kilometer gss-teil kaputt. ja? nee warte. nach zwei wochen oder wie war das? bei wen? na wie viel kilometer bist du jetzt? 80 kilometer rückfahren. 80 bist du gefahren oder hast du insgesamt auf dem tacho? 180 auf dem tacho. 180? ja. ich sag dir, ich hab dem gestern. 180? dann bist du über 100. 110 kilometer gefahren schon. weiss ich gar nicht. ob so viel? ja muss ja. fahr mal 1000 mit dem ding und dann werden wir noch was sehen. ja ich sag mal so. ich weiß nicht wie es so weiter läuft mit dem ding. aber sehr angenehm zu fahren. echt? er ist ein lieferantotyp. er weiß nicht wie die teile komponieren. ob die kaputt gehen nach dem zeit oder nicht. aber irgendwann. da sollen das die kaputt gehen. müssen wir untunen. ja. irgendwann gehen die schon kaputt. aber was genau soll der kaputt gehen? ja. am 15. bin ich ja nicht mehr hier. mach mal lieber, dass du mir das gibst. aber kommst du. weil ja am ersten krieg ich zwei geld. aber dann muss ich miete zahlen. ich hab 800 euro miet. kommst du und klingelt. krass. was? 800 euro mietkosten? ja. 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 ich weiß. ich muss eigentlich. ich bin auch doof. weil ich hab zwei zimmer. und das eine nutze ich fast gar nicht. ach so. eigentlich muss ich schon den nächsten untermieter. ich hab auch an arm gedacht. aber den lieber nicht. den lerner vermieten da. lieber eine braut. aber braut ist dann auch wieder anstrengend. du brauchst halt den richtigen. nimm doch. ja. 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 patrick. patrick. sucht er aus oder was? ja. ja. der ist nämlich gerade sein. der ihm die wohnung gegeben hat. den kannst du wirklich nehmen. ja. also den kann man ja. den kann man ja wirklich empfehlen. also ohne scheiß. der ist auch nicht kompliziert. ne. wenn ich in so ein zimmer mit einem bett und schranken würde. ist cool. der ist auch lieferer. aber der ist in meiner etappe darüber hinaus. aber also. der ist ja eh den ganzen tag fast gar nicht zu hause. patrick ist ja vollzeitig. ab wann sucht er? ab sofort eigentlich. also er hat ja ausgeräumt bei sich. hast du patricks. da warst du doch dabei. hast du patricks nummer? hat er nicht erzählt? das hat er ausgeräumt. ja. muss ich mal. ich werde mal heute. aber der muss. so ja. aber das passt zu mir. ja. zu dir. ja. hä? schau mal kamera lieber aus. ja. deswegen sage ich niemandem. ach so. musst du ja auch keinem sagen wo du wohnst. ja eh. ich wollte nur wissen wo du wohnst. interessiert mich nicht. wo steht denn das fahrrad? auf dem dachboden. auf dem dachboden gleich. aber man kann da einfach rein und dann auf dem dachboden. du kannst einfach rein. hoch. nimmst den fahrrad. gehst du wieder raus. ich baue hier mal. ich mach hier mal eine speichellocker. mach hier mal eine speichellocker. ich hab schon eine speichellocker. nicht nur eine. bei mir ist der speichellocker. ich hab so ein ganzes feichellager. passt doch auf so eine farbe her. hörst du das? ich weiß nicht dich einzuschätzen nicht. auf einmal also. der verrückte dreht durch. was? warum? mein fahrrad? was? oh ich hab die liebe. der will es mir klauen. nein. pfff. ich glaub nicht. doch. ich mach. ich scheibe. ich muss mal auf den pot. pot. ruhr pot. ja. tu ja pot. wo ist denn hier ein ruhr pot? hast du hier einen ruhr pot? nee. was machst du da an dem rack? ja. 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 zum schluss ey. du kommst vorbei ey. fuck you. stand da hinten. fertig. das ist nicht fertig. völlig fertig. nichts gemacht. bremsbillige wollten wir heute machen. und nicht irgendwelche kompletträder auseinander. das brauchen wir wieder zusammenbauen. hast du jetzt hier. oh. jetzt wird der aggressiv. hast du hier einmal pech gehabt ohne lager. ohne lager ist ja nichts. ja stimmt ohne lager ist ja nichts. dann machen wir halt morgen. ach scheiße machen wir nicht. morgen ist achimtag. ach scheiße machen wir nicht. morgen ist achimtag. machen wir morgen abends. morgen ist achimtag. 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 wer hat corona? äh oder warst du ein afrikaner hier? ah wie heißt du? ah topi bester man da. das ist ja die ganze zeit so. was für ein ding? das ist dieser typ mit dem gelden t-shirt der irgendwie vor zwei jahren gemacht. komm rein. du bist der kreuzberg. ach du meinste. ich hasse die räder jetzt mittlerweile. wir sind alle eins. nur old stock alter. aber okay. eigentlich auch geschenkt. aber. aber. eins sag ich dazu. kunststoff. 30 jahre alt. auf eigene fahr. vorderweise hat man die nur so. bei blockpedalen sind ja immer so. die springen halt auseinander. wisst ihr. ja. noch nicht. noch haben sie ja die sonne gesehen oder irgendwas. siehst du ja sie nicht gelb geworden oder irgendwas. aber. das ist halt nur ein gummi. sehr sehr geil. danke sehr. wahrscheinlich mach ich mir jetzt lieber an das rad die dinger ran. ja. das spikes alter. die fetten teile. die fetten teile. ja. du willst mir ja nicht für ein fuffi sehntpädale verkuchen. die fetten teile. die fetten teile. die fetten teile. joh! wenn du schweigst. die fetten. wer kann es ja nicht für das? die fetten teile. wie. wie. die fetten. glömt. dass die fetten. die fetten. Geil, Alter. Hast du ihn gezogen? Das war geil. Zwei Meter Typ und der Mord. Ich hab gar nicht zu, Scheiße. Aber so war eigentlich jeder Sommer hier. Wir haben am Späte, deswegen hatte ich immer so viel Spaß im Späte. Wir sind wegen dem Bergwein. Du hast mich gewundert, dass ich vorher noch nicht infiziert war. So eine Scheiße. Oh, das ist aber ein Wunder. Nur eine Stunde im Garten. Das ist doch ein gewissen Spaßfaktor, die Leute. Ja, aber irgendwann war der Kanton nicht mehr. Dann kommt der Kiezatze vorbei, Alter. Das kippt mir schon aus, Alter. Gadgetto, go, go, Gadgetto. Gadgetto-Helicopter-Mut. Gadgetto-Helicopter-Mut. Und lecker sein, Alter. Gadgetto-Helicopter-Mut. Fotos machen immer mal ab! Kapitalisten. 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 Du wirst viel mehr für den KW haben. Viel mehr, ja. Viel mehr als woanders. Ja. 1,200. Klar, wenn ich sowas kaufe oder so, dann muss ich es natürlich hier wieder ausmachen. Heißt einfach. Einfach an die Wacht geprallt. Ja. Ich bin Chaplon. Das ist so. Spurzettlung. Mach ich mal Fange spielen hier. Chaplon Tommy kennst du? Chaplon Tommy. Mein Freund kenn ich seit dem Kindergarten. So. Jetzt ist ein richtig guter Freund. Na ja, ich kenn Kinder mehr. Die hab ich auch so schlimm. Ja, aber nicht nur, weil ich ihn von da kenne, sondern bisher das ganze Leben lang haben wir irgendwie zusammen immer was gemacht und so. Ist ja nicht nur, dass wir uns im Kindergarten mal gesehen haben und dann, na ja, diese Freunde. Ne, ne. Das dringend über Jahre bis Ausbildung und jetzt bis drüber hinweg. Jetzt mit den Kindern zusammen. Oh Kinder. Ja. Ja. Natürlich jetzt. Ich. Ich kann alles weg und zusammen mit wegflogen. amentos. preserved zusammen. GANut sabes. da wollen wir mal gucken ob es funktioniert da wird man sagen damit machen wir feierabend ja 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 nächste runde endlos schrauben hier so bekloppt ist und versucht diese hässliche rad zu retten hier so weil er sich das hinterher wieder ankommt und sich nochmal kaputt lach zu hause hängt das alles geschnitten aber die krampfe an diesem hässlichen ding das lager was überhaupt sich nicht lohnt hier zu machen das macht man ja natürlich ihr sonderkinder ja sonder schicht für sonderkinder sonderräder sonder besondere kinder ich denke immer ich denke nur mein leben nur für euch für die nicht kaufhausleute die in die bürgnerstraße kommen genau shootet fag lager natürlich fag aber hallo warum soll man sich das leicht machen ihr hört schon walle im hintergrund mein größter fan der sitzt da und zentriert fag 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 aufbau fag lager auch genannt muss ich nicht transieren weil die heißen ja so fag 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 die firma ist dieser ist sicherlich wenn du dich von der firma verkauft muss ja sagen dass von der firma außer dass nicht von der firma da kann es natürlich nicht sagen das wäre von der firma wird das klingt eine seite eine seite trete kurbel ist schon mal ab ich liebe tritt kohle ab weil er auf treten aus von der wanne der hat sie ja nicht alle gucken wir mal schaffen wenn die 20 minuten die uns hier verbleiben und 20 minuten nicht bis der lagen zu ist weil das ist schon lange wird das schon überstunde hier sondern 20 minuten bis die kamera abkackt und dann ist es gar nicht die tretlager sondern die nabe hinten und dann klopp ich ihn am ende ist die nabe hinten nicht zu balle vor weil er hat gesagt mal mal trittlager aus klatsch ihmähne so jetzt kommt der moment sich entscheidet ob weiter länger unter und unterweidet ha 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 ein los Was? 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 Ich hab's gar nicht. Den Quatschkopf. Ah! Mit der Autos bleibt. Der harte ist Formelie Waldrot. Ach, schau ich. Ist der wie hart oder war ich? Ich hasse diesen Barsch. Ich hasse es! Warte, ich war blöd. Achso. Alles. Aber es läuft super. Ohne hebsliche Schmierung, Alter. Ist ein Dauer noch gepackt. Füße zu verschieben. Zeig da! Die sind das nicht. Also waren das die Kurbeln? Ja, die Pedalen. Ne, wenn man richtig drin tritt, dann quitscht da die... Das quitscht da irgendwo. Ja, wenn du Kraft drauf hast, oder? Ich baue das jetzt aus. Einfach nur, weil ich kann. Das dreht ja wie sonst was, ey. Ja, was? Das beste Rainbow... Dreht aber richtig. Du kannst den auch an die Wand hängen und dann so ein Wimpel ranhängen und dann... Ja, ja, ja. Voll die Maschine. Das Fucklager. Fuck. Okay, Fucklager ist eigentlich raus. Das ist ja wirklich mal ein angenehmes Fucklager. Ist da irgendwas mit dem Bremsanker nicht in Ordnung? Das sind da die Kugellager da irgendwie meistens. Hinterrad raus. Bitte weit raus. Komplett zerlegen. Ist das geil. Ja, wirklich. Aber das könnte doch trotzdem gewesen sein. Schönes Spielzeug. Ja, könntet. Unter Druck, ja. Der Videomotor. Ja, genau. Ich wüsste ja schon, wenn du das dann drehst. Hallo? Wo ist der... Oh. Schließt. He is on the 6. He is on the 6. Doch, 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 doch. Hörst du doch, ey. Der dreht zwar gut, aber der dreht nicht gut. Welche länger ist denn denn? Wie ein Hauer. 113. Wettig. 113? Nee. 122. Nee. 127. Sogar. 127. Glückwunsch. Der wäre nur 123. Das ist nicht. Nicht bei den Rädern. Ein bisschen Fett noch drin. Und dann... Warte, der hat jetzt nur ein Spielzeug. Handschmeichler. Ja. Klappert. In dem Geräusch ist auf jeden Fall, äh... Nicht okay. Ja. Schleift der Metall irgendwo. Ja. Also davon mal abgesehen, hätte man es eh tauschen müssen, aber... Aber wie gesagt, es wird immer teurer, immer teurer, der Drad hier. Warum ist denn jetzt so teurer? Ey, Kausch, guck dir einfach das Video an. Ja. Videolink. Einfach ein Videolink zu dir. Muss aber zusammenschneiden in einer... In einer... In einer... In einer Verlinkung. In einer Verlinkung. Immer auf dem Rad gleich so einen Link. Jedes Rad hat seinen eigenen Link. Genau, genau. Dann kann man doch gut verkaufen, so ja, die Räder. Mit Link, Alter. Wir drucken die Links aus. Ja, als Aufkleber. Schön, auf. Fertig. Ja. Mit YouTube-Link ist doch geil, Alter. Dann weißt du... So viel sofort. Selbst als Dieb weißt du so viel sofort. Ist ja was unverbindliches, den scheiß Link einzugeben, weißt du. Das ist doch genial. Kannst du wissen, dass ich hier ein bisschen... Es ist immerhin Main in Germany. Das Drehtlager ist Main in Germany. Die Dame ist leicht am oben. So, ich drehe mal zu Ende ein. Ich setze das wieder drauf. Testen wir noch mal. So, Ergebnis ist, auf alle Fälle. Und damit das mal auch wisst. Na, wer ist im Arsch. Die legt jetzt dem Onkel Achim hin, damit er so morgens servicen kann. Ja, ich kann noch mal gucken. Endet wieder alles gut, naja. Dann wird das alles... Du hast dir wieder alles im Kreis gedreht für Achim. Ja. Kreis wieder. Ja, wieder. Oh, scheiß was. Du bist in der Nase. Ey, könntest du doch ganzes, ey. Ja, scheiß. Ja, packt er mich hin, so im Kack. Ich bin ja Experte. Kenn mich aus. Ich bin ja... Ich bin ja vom Fach, ey. Lass mich durch, ich bin doch wach. Ja, du... Hörst dich weiß so an. Nee, auf keinen Fall. Ich hab's Leih gesagt hier. Er sagt die Nase. Herrgott, nee, lass das Achim machen. Dann findet der die Teile nicht. Dann heißt das wieder, ob da denn das hier liegt. Da fehlt dieses Teil oder das Teil. Das soll er auseinander nehmen. Er soll das auseinander nehmen. Schreib ihm mal einen Zettel. Schreib mal auf. Achim, Nabenservice. Bitte. Komm, wir fallen jetzt den Zettel runter, Herr. Nee, nur einen, Mann. Komm, wir fallen aber trotzdem nur alle runter. Ja, wir halten. Wir laufen... ... und Sie kommen einfach mal auf. Wir brauchen unsere Räume. Vielen Dank.